Es ist so, es ist so. Lanz ist ein helles Köpfchen. Er ist ja in Wirklichkeit Neurochirurg und Informatikprofessor. Das wissen ja viele gar nicht. Und der einzige Grund, warum Lanz so ist, wie er ist, das Geheimnis kann man jetzt vielleicht auch mal lüften, fünf Minuten vor Ende der letzten Lateline, meine letzten Lateline. Und es ist ja egal, wenn ich danach rausgeschmissen werde bei Andi, am ZDF, bin ja gar nicht beim ZDF, egal. Lanz hat immer so einen kleinen Knopf im Ohr. Und in dem Knopf im Ohr, da sitzt ein Regisseur und der sagt dann immer, Markus, okay, jetzt kommt gleich Björn von ABBA. Er ist eine Legende. Und dann sagt Markus Lanz, er ist eine Legende. Jetzt sagst du bitte, er ist eine Legende. Er ist eine Legende. Und innerlich, Markus Lanz möchte das gar nicht sagen, aber er ist vertraglich verpflichtet, das zu tun. Markus, sag jetzt bitte, hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Markus, sag bitte, wow. Markus, sag bitte, spektakulär. Und deswegen macht er das. Und ich war mal bei Markus Lanz und saß da ihm gegenüber. Und manchmal ist es sogar so, dass Markus Lanz mit seinem Regisseur spricht, während um ihn herum ein komplett anderes Gespräch abgeht. Dann gibt es zum Beispiel gerade, keine Ahnung, irgendwie Brustkrebspatient oder irgendwie Hilfe, ich sterbe in zwei Tagen und sowas. Und dann guckt Markus Lanz irgendwie so, der Blick flieht dann so leicht aus dem Gespräch raus. Ja, der ist egal. Nee. Ja. Alles klar. Was? Brustkrebs. Ja, ach ja. Ist wirklich so. Aber so ist es beim Fernsehen. Und das Wichtigste, was liebe Zuschauer, liebe Zuhörer bei 1plus und überall sonst, wenn ich euch einen Rat mitgeben darf, zwei Ratschläge. Erstens habe ich glaube ich öfter schon mal gesagt, Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Und zweitens, wenn ihr eines Tages zum Fernsehen oder in den Medien arbeiten wollt, ihr müsst lernen, euch in euren geschlossenen Mund übergeben zu können, um es sofort wieder runter zu schlagen.